Bald ist wieder Vatertag und den feiert man natürlich auch bei uns am Schliersee. Wie Vatertag auf Oberbayerisch geht und was man für einen sünftigen Vatertag so alles braucht, das verrät mir heute Andi Greipel vom Bavaria Shop. Hi, Servus Andi, wir sind hier im wunderschönen Schlieres Café und Lunchery und du bist heute hier, weil du mich in die Geheimnisse des Vatertags einweihen möchtest. Und bevor wir darüber reden, was man da zum perfekten Vatertag alles braucht, verrätst du mir vielleicht noch mal kurz, was macht man denn eigentlich an so einem Vatertag? Ja, also generell ist es bei uns in Bayern ja nicht anders als woanders. Am Vatertag sind wir natürlich für die Familie da, die Väter. Erst einmal wird aufgestanden, dann wenn man Glück hat, ist das Frühstück schon aufgerichtet und man kriegt ein Stehchen von den Kindern und macht vielleicht noch eine Kleinigkeit mit der Familie und dann ist vielleicht der kleine Unterschied drin, dann geht es nämlich bei uns in Bayern auf eine Wellness-Tour sozusagen. Auch mit anderen Vätern oder die es werden wollen, trifft man sich, man zieht das Wellness-Bade-Mantel drüber, das ist also im übertragenen Sinne so eine Lederhose, ein Trachtenhemd und ein Hut. Und dann geht man von Wellness-Oase zu Wellness-Oase und lasst es einfach mal gut gehen. Und diese Wellness-Oasen, das können halt sein, naja, was soll ich sagen, sind halt dann so Verwirtschaften, das sind Almhütten oder Bars und am Schluss des Tages ist man wieder total entspannt und kann wieder den Rest des Jahres für die Familie mit Vollgas dabei sein. So, Andi, jetzt kommt dein Spezialgebiet. Was für eine Ausstattung braucht man denn eigentlich, um den perfekten Vatertag zu begehen? Also, für den perfekten Vatertag haben wir natürlich schon ein kleines Paket geschnürt im Bavaria-Shop. Und zwar besteht das Paket aus einer Männer-Handtasche, ganz wichtig, weil die Damen haben auch immer ihre Handtaschen dabei, also ein Papa seine Männer-Handtaschen und die ist gefüllt mit, wir sind ja beim Thema Wellness beim Vaterrat, mit einem Hopfenswinti, beziehungsweise 20 Flaschen insgesamt mit Träger. Und es soll ja um das Thema Gesundheit gehen und da darf man sich auch nicht verschlucken. Darum gibt es eine Bierflaschen-Zündecke auch für sich und seine drei besten Freunde. Und wenn man natürlich unterwegs ist, braucht man auch eine Sitzgelegenheit oft und kommt jetzt dieses Bierkasten-Bredl mit integrierten Flaschenöffner, das kann man auf seinen Bierkasten drauf, da kann man sich hinsetzen und somit ist man perfekt ausgestattet für den Vatertag. Jetzt mal ehrlich, Andi, muss man denn eigentlich schon Vater sein, um den Vatertaggebühren zu feiern? Da muss ich dir ehrlich sagen, Sandra, das ist wie überall im Leben, Übung macht den Meister. Und ich bin Vertreter der These, je früher damit begonnen wird, für den Vatertag zu üben, desto souveräner wird man später auch sein, wenn es dann wirklich so weit ist. Und von dem her würde ich allen raten, die Luca Papa sind, diesen Vatertag früh genug einzustudieren, damit man dann nicht auf einmal dasteht und sagt, was tue ich denn an diesem Tag? Also üben, üben, üben! Du bist es. Du bist es. Untertitelung des ZDF, 2020